Mehr Bekanntheit für weniger Geld Bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Sie wollen mehr Bekanntheit für sich und Ihren Online-Shops, aber dafür nicht unbedingt mehr Geld ausgeben? Dann wird dieses Buch Ihnen die Augen öffnen. Sie haben die Nase voll von Web-Gurus, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, Unmengen an Geld fordern, aber dafür nur alten Wein in neuen Schläuchen servieren? Sparen Sie sich diesen Frust und die immensen Ausgaben, denn dieses Buch kann sich jeder leisten. Sie brauchen dringend Neukunden und deshalb mehr Bekanntheit? Dieser Rundum-Sorglos-Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie beides bekommen, meist ohne zusätzliche Ausgaben und komplett ohne Fachwissen. Ich selbst war schon immer mehr auf Bekanntheit angewiesen. Da ich meine selbst verfassten Bücher auch selbst verlege, kann ich es mir nicht leisten, im Markt eine unbekannte Größe zu sein. Deshalb habe ich von Anfang an alles drangesetzt, mehr Bekanntheit zu erlangen und so bekannt zu werden, wie spricht wörtlich der bekannte bunte Hund. Und es ist mir gelungen. Das Projekt Mehr Bekanntheit hat die meisten meiner Bücher bei Google und Co. an die Spitze katapultiert. Und dafür brauchte ich keine teuren Lehrgänge oder externe Spezialisten. Mehr Bekanntheit habe ich ganz alleine bekommen. Und Sie können das auch. Mit dem Wissen, das in meinem Buch steckt, werden Sie mehr Bekanntheit erlangen und dadurch mehr Neukunden. Dabei können Sie jeden Tipp, den ich empfehle, selbst umsetzen. Sie brauchen keinerlei Spezialkenntnisse. Ich habe jeden Schritt ausführlich beschrieben. Und zwar, mit Verlaub, narren sicher. Sie können nichts falsch machen. Nicht zuletzt bietet das Buch alles, was Sie wissen müssen. Wenn Sie jeden Schritt konsequent umsetzen, haben Sie rasch das erreicht, was Sie wollen. Mehr Bekanntheit. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de Im YouTube-Kanal unter diesem Video direkt. Der Link führt dorthin. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Garde machen.